Hallo zu meinem heutigen Video. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich natürlich, dass ihr einschaltet. Ja, wieder mal so ein bisschen ein Labervideo. Zwei, drei ganz, ganz wichtige Themen, die ich mit euch teilen möchte oder sogar sollte. Ja, momentan bin ich in meinem Jahresurlaub. Ich lebe hier in der neuen Wohnung seit Februar 2023. Vor ungefähr einem Monat ist meine Hauskatze, die auch Freiläufer ist, nicht mehr zurückgekommen. Das hat mich zutiefst getroffen und jetzt wieder seit ein paar Tagen fehlt auch die zweite Katze. Ja, die haben diesen Umzug nicht so richtig verkraftet, würde ich sagen. Und das tut mir natürlich weh, weil für mich sind Hauskatzen oder Katzen Familienmitglieder. Und das zieht mir natürlich ein bisschen runter. Und dann haben wir auch jetzt die letzten drei Wochen Regenwetter gehabt. Und ich habe noch einiges zu tun gehabt am Toni. Ihr wisst, mein TÜV-Video und ja, diverse andere Sachen. Jetzt habe ich auch meinen elfjährigen Junior dabei. Das heißt, ich bin jetzt in meiner Vaterrolle. Wenn ein kleiner elf Jahre alt ist, dann braucht er in erster Linie seinen Vater und keinen YouTuber. Und ich glaube, das könnt ihr verstehen. Das, was ich jetzt euch sagen möchte, ist, ich kriege jetzt in meinem neuesten Video ein oder zwei, sage ich mal, Kommentare, wie Ich mache einen zweiten Kanal, du machst sehr viel Technik, du machst Fotografie, du machst Camping. Ich sage es mal offen und ehrlich, das wird es nicht geben. Mein Kanal, Murat Vlogt, war schon immer ein bunt gemischter Kanal. Drohnenflüge, Wandern, E-Bike fahren, Campen, Dachzelten. Und ich bin einfach ein Mensch, der sehr vielseitig ist. Ich habe sehr viele Interessen. Und solange ich mir das leisten kann, habe ich auch keine Lust, mich nur auf Fotografie zu fokussieren. Und im Prinzip, wenn ich campe, kommt mir das Fotografieren zugute, weil ich gerne die Natur genieße, gerne in der Natur bin. Und manchmal auch wirklich das Gefühl habe, genau davon will ich dich im Bild und genau das möchte ich verzeigen. Oder veröffentlichen, weil ich es einfach genial finde, weil es mich einfach selber packt. Die Idee ist wahrscheinlich gut gemeint. Das nehme ich jetzt auch nicht als Kritik oder so, nicht falsch verstehen. Nur möchte ich damit jetzt hier direkt am Anfang von diesem Video sagen, dass ich auch gar nicht diese Zeit dazu hätte. Ich habe einen relativ gut laufenden oder schlecht laufenden Instagram-Account. Dann habe ich einen momentan in meinen Augen durch wachsen laufenden YouTube-Kanal. Aber nichtsdestotrotz habe ich nicht diesen Ehrgeiz, mich auf YouTube so zu präsentieren, dass regelmäßig Videos kommen. Dass ich jede Partnerschaft annehme, dass ich nur noch Technik-Videos mache, jede Drohne kaufe. Das ist nicht meine Welt. Ich habe das eine Zeit lang probiert. Das kam auch sehr, sehr gut bei euch an. Ihr habt gerade meine Drohnen-Videos und so, wurden jahrelang gefeiert. Und das ist okay. Aber ich habe für mich selber entschieden, ich möchte etwas machen, was mir Spaß macht, mit dem ich mich jetzt auch gerade beschäftige. Das kann natürlich jetzt auch wieder mehr E-Biken sein. Ich glaube auch, dass es in die Richtung geht, weil ich habe mir jetzt einen E-Bike-Fahrradträger gekauft und will auch in der nächsten Zeit sehr viel mit Dachzelt und E-Bike durch den Schwarzwald fahren und Urlaub machen. Und ja, so sage ich mal, im Schwarzwald E-Bike-Touren machen. Ich sage es jetzt einfach so, das ist wie beim Fernsehen gucken. Nicht jedes Programm oder nicht jeder Programmpunkt spricht euch an. Also wenn ihr von vornherein schon einen Titel erkennt, Morat hat da jetzt wieder ein Camper-Video gemacht. Einfach wegschalten, nicht gucken. Ich bin euch auch nicht böse. Ich würde es genauso bei euch machen. Das sage ich euch ganz ehrlich. Wenn irgendwas bei euch auf dem YouTube-Kanal wäre, von mich null interessiert. Da gibt es ein paar YouTuber, die wissen auch, wen ich meine. Da gucke ich schon jedes Video, weil das ist irgendwie so ein Geben und ein Nehmen, finde ich. Und da gucke ich tatsächlich jedes Video und schreibe auch was dazu. Aber dann gibt es auch YouTuber. Ich weiß auch, dass die meine Videos nicht regelmäßig gucken. Ist auch safe. Also ich bin ja nicht böse oder so. Aber dann gehe ich genauso vor. Das heißt, wenn ich dann am Titel schon erkenne, das Video ist echt nichts für mich, das schaue ich mir jetzt nicht an, dann schaue ich das auch nicht an. Also, und ich glaube, das ist auch in Ordnung, auch für die Person, die das dann bemerkt. Dann sagt sie, okay, das hat jetzt nur dazu weniger interessiert. Und genauso dürft ihr das natürlich auch. Nichtsdestotrotz muss ich aber sagen, dass ich jetzt zum Beispiel auch beim Campen oder so 100% auch eine kleine Wanderung einbaue, wo ich fotografiere, wo ich Makrofotografie mache, wo ich was zu meinen Objektiven sage. Ich meine, hallo, ich habe jetzt hier 1700 Euro für dieses Objektiv ausgegeben. Schaut euch das mal hier an. Meint ihr dann, ist Fotografieren für mich nicht wichtig? Oder nicht mehr so maßgebend? Ja, auch hier, hier habe ich das Sony 18-105, damals 400-450 Euro, war mein Objektiv, was ich immer drauf hatte, fotografiert und gefilmt. Kann ich dem Weiteren empfehlen, übrigens. Ja, und dann eben auch hier mein 70-350mm von Sony habe ich eigentlich sogar öfters dabei, als jetzt hier das ganz Große. Ja, also was ich euch damit sagen möchte, ich möchte jetzt nicht einfach in die Kamera meine ganzen Objektive reinhalten. Ich habe da noch eine ganze Menge. Jemand, der so viel Geld für Fotografie ausgegeben hat, der wird auch weiterhin fotografieren. Momentan steht natürlich das Campen im Mittelpunkt. Und da hat jetzt auch einer geschrieben, Arto 1969 schreibt, dass so ein Wohnmobil ja ein Fass ohne Boden ist und ich höchstwahrscheinlich sowieso nicht als auf Vollformat Kameras wechseln werde. Also das Thema Vollformat ist bei mir durch. Ich habe da dieses Thema schon so oft durchgekaut mit dem lieben Daniel, mit dem Frank Vlox, mit dem Pierre, mit allen Hobbyfotografen, von denen ich was halte. Dieses Thema war immer, immer wieder, ja, sag ich mal, der Mittelpunkt. Wir haben ja auch mit dem Pierre jetzt alle vier Wochen einen Fotostammtisch. Wir werden auch regelmäßig live streamen mit dem Daniel, hoffe ich, dass es auch noch weitergeht. Und da wird auch dieses Thema immer wieder durchgekaut. Und wir sagen, also ich auch mittlerweile, ich brauche keine Vollformat Kamera. Ich brauche sie einfach nicht. Ich habe hier tolle Objektive. Ich investiere lieber in Objektiven, genau. Wie dass ich jetzt hingehe und sage, boah, ich hole mir jetzt unbedingt ein Vollformat. Ich habe jetzt aktuell die Sony A6600. Aufregung tut die 6500 hier mit dem externen Display, wo ich ein bisschen sehe, was zu sehen ist, weil beim A6500 hat man so kein Club-Display. Aber das stört mich nicht, weil ich habe einen externen Recorder. Da sehe ich, was eben hier vor der Linse ist. Und bei der 6600er hier, ja, da hat man ja hier so ein Club-Display, den kann ich ja nach oben klappen. Und genau jetzt komme ich schon zum nächsten Thema, mein neues Vlogging-Equipment. Ich gehe mal ein bisschen weiter zurück. Dann seht ihr es, ja. Ihr wisst, dass ich hier den Crane M3 für einen super Preis von Daniel bekommen habe. Der hat den mir sozusagen fast verschenkt, ja. Normal kostet er über 300 Euro oder um die 300 Euro der Crane M3 hier. Eben besondere Merkmale sind tatsächlich, dass er im Gegensatz zu anderen Gimbal relativ klein ist, aber ja, auch trotzdem APS-T-Kameras, aber auch Vollformat-Kameras von Sony und, sag ich mal, leichte Objektive so balancieren kann. Was ich jetzt auch noch stark finde, ist natürlich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hinkriegele. War es die Seite? Ja, war glaube ich schon diese. Aber ich habe nicht eingeschaltet, dass hier noch ein zusätzliches Licht dabei ist. Ich kann das hier per Bluetooth verbinden, kann praktisch meine Kameraaufnahme an und aus alles hier über diesen Gimbal steuern und habe natürlich dementsprechend super Aufnahmen. Denn dieses Objektiv, was hier dran ist, das ist das Sony 11mm 1.8, sehr lichtstark. Ich habe ein sehr schönes Bouquet und kann auch mal filmen, wo vielleicht die Lichtstärke vom Pocket nicht ausreicht oder wenn ich einfach irgendwo hingehe und ich sage, ich möchte unbedingt hier ein besseres Licht oder bessere Qualität. Bessere Qualität in erster Linie für mich, weil ich weiß, dass ihr da draußen mehr so in den Inhalt euch von einem Video eben, ja, dass der Inhalt von einem Video euch mehr interessiert wie jetzt die Bombenqualität. Aber für mich selber, fürs eigene Ego, wenn man dann sagt, hey, pass mal auf, ich möchte hier einfach mal, wenn ich irgendwo in Norwegen bin oder so, ich mache eine kleine Wanderung oder eine Aussicht oder so, dann möchte ich vielleicht echt mit der besten Qualität aufnehmen. Dann nehme ich natürlich eher das hier. Natürlich ist es auch schwer und geht dann irgendwann mal an die Armmuskeln und Gelenke. Aber hin und wieder mal kann man das echt machen oder bei kurzen Wanderungen. Also ich werde immer wieder mal tatsächlich mit der hier vloggen, mit dem Setup hier. Preislich liegen wir hier bei 2.000 bis 200.000 Euro. Das muss man sich natürlich realisieren. Und hier habe ich wirklich auch ein sehr leichtes Equipment. Das Pocket 2, auch mit dem Funkmikrofon von dem Paket hier. Und hier noch das Selfie-Stick von DJI. Der kostet so um die 80 Euro, kann man ausziehen. hat dann weitwinklig, also kann wirklich links und rechts alles sehen. Ist hier mit dem hier auch gegeben. Mache ich auch gerne. Es wird also nie so sein, dass ich auf dieses leichte Equipment komplett verzichte. Je nach Situation habe ich natürlich hier mein 200 bis 600er mit dabei. Ja, das ist ja schon selber ein ordentliches Gewicht. Und dann gehe ich nicht davon aus, dass ich hier auch noch in der rechten Hand hier das hier habe. Sondern dann gehe ich schon stark davon aus, dass ich mit dem Pocket 2 unterwegs bin. Und beim schlechten Wetter sage und schreibe immer noch mit der Osmo Action, die wasserdicht ist. Die nehme ich immer noch zum Vloggen. Ja, eines meiner letzten Videos, wo ich tatsächlich eben den TÜV-Vorgang von meinem Ducato Toni, Wohnmobil Toni euch vorgeführt habe, war alles aufgenommen mit der Action, ja, Osmo Action ist die erste Version. Hätte ich im Titel geschrieben, Osmo oder Action 3, ja, oder eher Osmo Action 3, ich weiß nicht, ob viele von euch den Unterschied bemerkt hätten. Manche ganz sicher, weil die sind voll in der Materie drin. Aber einige von euch hätten es einfach so hingenommen und hätten es mir geglaubt, dass die Qualität hier bei Q-Tune nicht besonders sich ganz wenig von der Action 3 unterscheidet. So, ja, und das wollte ich euch hier mal vorstellen. Also, wie gesagt, ich habe schon damit gevloggt. Da kommen jetzt auch Videos mit diesem Equipment, aufgenommene Videos, kommen die nächsten paar Wochen. Das zum Thema auch. Ich produziere immer vor. Also, es ist immer so, dass ich, wenn ich ein Video mache, dass es tatsächlich sein kann, dass das Wochen her sind. Ja, auch mein Video, jetzt eben was aktuell kommt, vom Reschensee, das habe ich vor Monaten aufgenommen. Und die Drohnenaufnahmen, weil den Pass waren tatsächlich aktuell. Die Drohnenaufnahmen am Ende, so als, ja, ausklinken von einem Video, das sind Zusammenschnitte, das hat der ein oder andere von euch gemerkt. Das nehme ich immer so als, sage ich mal, ja, ich weiß ja, dass solche Aufnahmen vielen von euch gefällt. Zum Thema Drohnen, da werde ich ja auch gefragt, als alter Drohnen-Fan oder alter Drohnen-Freak, ja, Murat, wie sieht es denn aus hier, neue Drohne von DJI? Boah, ich weiß ja schon mittlerweile gar nicht mehr, was gerade aktuell auf dem Markt bei DJI ist. Da kommt ja jedes Jahr was raus, jedes Jahr irgendwie wieder besser und toller und leichter und hier, ich bin da komplett raus, Leute. Ich habe tatsächlich die DJI Mavic Mini, lieber noch, und meine, ja, die R2S, ja, die R2S. Zwei Drohnen, ich finde, da ist immer noch eine zu viel, weil beide auf einmal kann ich nicht fliegen, nur ich sage mal so, es gibt ja auch mal Situationen, wo ich wandere, ja, dann nehme ich leichtes Equipment mit, zum Beispiel, da würde ich jetzt auch eher so ein Pocket 2 mitnehmen, dann nehme ich eben meinen DJI Mavic Mini mit und dann vielleicht noch eine, hier, eine Action-Kamera, ein Fotoapparat zum Fotografieren mit ein oder zwei Objektiven und dann reicht das für eine kleine Wanderung. Das ist schon genug Equipment, Kamera-Equipment, wo man mit sich trägt. Dann braucht man ja auch noch was zum Trinken, was zum Essen und ruckst du es immer bei 8 bis 10 Kilo Rucksack, ja, Gewicht und das muss nicht sein bei jeder Wanderung. Deswegen achte ich da immer ein bisschen aufs Gewicht. Ja, darum habe ich auch die Mavic Mini. Ich habe schon öfters mal überlegt, auf die Mini 2 oder Mini 3 zu wechseln, gebe ich euch zu. Aber ich habe jetzt da eine Meinung, bitte zerreiß mich nicht in der Luft. Man kann immer noch mit der Mavic Mini, mit 2,7K, tolle Aufnahmen hinbekommen. Und ich sage es mal so, vorsichtig, ohne dass ich irgendjemanden angreifen möchte, schaffst du keine vernünftigen Drohnenaufnahmen mit der Mavic Mini oder mit einer älteren Drohne von DJI, sage ich jetzt mal, ob es die R2 ist oder die R oder die 2S, dann schaffst du auch keine vernünftige mit einer neueren, besseren Drohne und mit einer besseren Kamera. Kriegt ihr das nicht hin? Das ist meine persönliche Meinung. Und alles, was ihr auf YouTube hochladen tut, wird eh nochmal kompromiert. Und mittlerweile sage ich auch, es gibt da Leute da draußen, YouTube-Kanäle, die nehmen alles mit so einer Action-Kamera hier auf, sind aber mega, mega authentisch, mega sympathisch und auch das, was sie machen, ist motivierend, macht Spaß zuzuschauen und die haben teilweise Aufnahmen nur mit einer Action-Kamera und Abonnentenzahlen, ihr Kanal explodiert, die Leute feiern das und dann lese ich in keinem einzigen Kommentar, aber du nimmst ja nur in 2K auf oder du nimmst ja nur in Full HD auf, habe ich noch nie erlebt, noch nie. Die Leute gucken da tatsächlich auf den inhaltlichen Content. Alles andere ist fürs eigene Ego. Also das hier, das habe ich jetzt gemacht für mein eigenes Ego. Muss man natürlich jetzt auch überlegen, das Ding kostet 200.000 Euro. Ja, also, was ist euer eigenes Ego euch wert? Müsste ich das machen? Nein. Es würde auch weiterhin ganz normal mit einem Pocket 2 gehen, was im Combo-Pack um die 500 Euro kostet und jetzt bekommt ihr sogar noch günstiger, wenn ihr es auch noch gebraucht kauft, kriegt ihr es wahrscheinlich für 300, 350 Euro. Hier, die Osmo Action, das ist die allererste Action von Osmo, äh, von DJI. Äh, würde absolut reichen, bei gutem Licht, ihr könnt ja noch ein LED-Licht oder so dran machen, bei gutem Licht würde das komplett ausreichen für irgendwelche YouTube-Content. 100 Prozent. Wenn der Inhalt passt, seid ihr relativ schnell erfolgreich und die Leute werden eure Videos feiern und ihr werdet es nicht erleben, dass da irgendjemand da drunter schreibt, boah, da stimmt aber die Qualität nicht. Das wird es nicht geben. Glaubt mir, ich bin lang genug dabei, ich weiß, wie der Hase läuft. Von dem her, vertraut mir, ist echt so. Alles andere macht man für sich selber und das ist auch in Ordnung, ist legitim, soll auch jeder so machen, ja. Deswegen mache ich es eben auch ab und zu mal mit dem hier, ja, nur für mich, weil ich dann sage, okay, ich möchte jetzt die große Kamera, ich möchte mich da aufnehmen und mir gefällt auch diese Qualität, super, also, ja, aber immer würde ich es nicht machen, weil es wäre mir einfach zu schwer, das wäre es mir einfach nicht wert, ja. Gut, ich glaube, das Video ging jetzt lang genug und ich habe, ein paar Sachen rausgehauen. Ich hoffe, ihr zerreißt mich jetzt nicht so sehr in der Luft. Wir dürfen andere Meinungen haben, unsere Gesellschaft neigt ja dazu, dass man andere Meinungen nicht respektiert oder akzeptiert. Wie gesagt, es wird keinen zweiten YouTube oder dritten YouTube-Kanal geben, mir reicht der eine und wenn irgendwelche Themen euch nicht ansprechen, einfach nicht gucken, Leute, ich bin euch deswegen auch gar nicht sauer, ja, einen Like könnt ihr mir trotzdem da lassen, naja, egal, wie ihr möchtet, ja. Also, bis zum nächsten Video, das wird dann zwei Videos in der Woche, dann kommt, das hier ist ein Ausnahmewideo, das kommt jetzt am Sonntag, normalerweise ist Erscheinungsdatum immer Dienstag und Freitags habe ich jetzt so für mich die Tage gefunden, sind die zwei Tage, wo am wenigsten eingeschalten wird, aber ehrlich gesagt, es ist mir egal, ja, die, wo meine Videos schauen möchten, die schauen die auch am Dienstag an, die schauen die auch am Freitag an, klar, sonntags haben die Leute mehr Zeit und so, aber wie gesagt, es ist mir egal. Ich bin raus, euer Murat. Musik Untertitelung des ZDF, 2020